1, 2, 3, 4, 5 Also ihr habt gerade noch gefragt wie es morgen mit Frühstück aussieht. I don't know. Morgen ist schon die Kälte. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auf dem Weiherhof. Die ersten Fans stürmen schon in die erste Reihe. Und wir bauen auf, wie sich das gehört. Die ersten Töne auf einer fetten Bühne. Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, Hilfe. Urlaub vielleicht mal? Urlaub, ja. Ja, wir machen Urlaub. Jetzt ihr. Wie krass ist das bitte? Hardworking girl. Ich freue mich so aufs Konzert. Das war schon gerade so schön. Ich könnte hier die ganze Zeit sitzen, schreiben und zuhören. Besseres Festivalwetter. Eigentlich wollten wir den Wörstrader aufbauen, aber jetzt machen wir erstmal ein paar Fokus. Was machen wir hier? Das machen wir meine Haare. Ach so. Das ist Backstage-Footage vom Feinsten. Aber wirklich. Ihr seht, das läuft richtig beim Bartho-Boss. Eigener Backstage. Das ist für alles gesorgt. So oft wie du durch deine Haare gehst? Übrigens, ich wollte sie gerne abrasieren auf 3-5mm. Was haltet ihr davon? In die Comments, dann kommen sie ab. Affen-Emoji in die Comments, dann bleiben sie für leicht dran. Jetzt werde ich langsam doch ein bisschen aufgeregt. Na klar. Nervös. Das erste Open-Air. Und dann direkt am Weiherhof. Auf. Auf. Nein. Wolltien. Also Meierhoff, könnt ihr mal so richtig explodieren? Sehr, sehr geil. Wenn du mir stehst, gib deiner Fehler lieb, wie es in deinem Sein ist, denn genauso wie du bist, bist du unvergleichlich. Ich schau mir ins Gesicht, ich seh dich wie du bist, ich schatten deine Augen, dein Schweigen ändert mich. Ich zähle gleich bis vier und dann heben wir völlig ab. Seid ihr bereit, Feuerhof? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5! Ich könnte es kaum erwarten, auf Tour zu kommen. Das war gestern schon ziemlich krass. Und deswegen gibt es hier die Dates. Tierisch, genau, jetzt kommt so eine Scheißwand, ey. Immer diese Natur. Echt, ey.